Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sabine Angela Schade und ich gebe dir heute fünf Schlüssel zum Glücklichsein. Lust drauf? Dann hör zu. Die Frage, die sich die meisten Menschen ja stellen, ist, wie werde ich eigentlich richtig glücklich? Und was kann ich tun, um richtig glücklich zu sein? Oder was darf mir passieren? Wo darf ich sein? Mit wem sollte ich mich umgeben, um glücklich zu sein? Die Antwort ist aber, Glück kommt nur aus dir selber. Ich war bei Wikipedia und habe mal geschaut, wie Glück eigentlich definiert wird. Und das ist so crazy, das muss ich dir echt ablesen. Das nennt sich Zusammentreffen besonders günstiger Umstände oder Fügung des Schicksals. Für mich ist das ganz schrecklich, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich bin da irgendwie Opfer. Also entweder das geschieht mir Glück oder ich habe halt in die Röhre geguckt und habe mal wieder die A-Karte gezogen, weil ich dann kein Glück von außen bekomme. Für mich ist Glück eher die innere, komplette Befriedigung und ein Hochgefühl. Und damit habe ich alles in der Hand, das quasi selber zu gestalten und genau aus dem Innen heraus. Und darum geht es. Also wenn du richtig glücklich sein möchtest, dann kannst du nicht warten, bis das Glückstöpfchen dir irgendwie über den Weg hoppelt. Du musst dir dieses Glück selber kreieren. Und dazu habe ich dir hier mal ein kleines Bildchen gemacht. Da spürst du also, dass glücklich sein an und in dir liegt. Nur du kannst Glück selber machen. Und das finde ich irgendwie was ganz Tolles, weil dadurch haben wir eine Handhabe. Wir sind also nicht Opfer. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind also nicht ohne Macht, sondern wir haben die Macht, jeden Tag unser Glück selber zu machen. Jetzt fragst du dich natürlich und wie? Genau. Und dafür gebe ich dir jetzt meine fünf Schlüssel zum Glücklichsein. Legen wir los. Hier kommt Schlüssel Nummer eins. Triff die Entscheidung. Ja, du hast richtig gehört. Du musst für dich entscheiden, glücklich zu sein. Glücklich zu sein ist eine Lebenseinstellung. Und nur du kannst die in dir kreieren. Das heißt also, triff jeden Tag neu die Entscheidung, ein glücklicher Mensch zu sein. Jetzt sagst du, Sabine, ganz im Ernst, wie soll ich das machen? Und einfach, ich sag jetzt, ich bin glücklich und dann bin ich glücklich. Jo, fast genau so. Bedarf natürlich ein bisschen Übung, aber prinzipiell ist es genau so. Du kannst, wenn du morgens aufwachst, kannst du dir deine Augen öffnen und sagen, hey wow, heute wird ein glücklicher Tag. Oder du kannst sagen, hm, woher kommt es, dass ich heute so glücklich bin? Oder du kannst sagen, was ist das für ein Tag, dass ich so viel Glück habe? Wenn du diese Was-Fragen also oder Wie-Fragen oder Warum-Fragen stellst, gibst du deinem Unterbewusstsein sozusagen den Auftrag zu suchen, warum du jetzt so glücklich bist. Das heißt, du hast dein Unterbewusstsein am Morgen schon für den ganzen Tag programmiert, warum du den ganzen Tag so glücklich bist. Selbst wenn dir dann Dinge passieren, die vielleicht ein bisschen unglücklich erscheinen, im Übrigen können sich aus manchen unglücklichen Dingen auch teilweise sehr glückliche Zustände entwickeln. Das darf man nie vergessen. Das Leben ist nämlich immer für dich. Also das alleine ist schon mal auch ein ganzer Kurs wert über positives Denken. Vielleicht mache ich dir auch nochmal ein Video darüber. Genau. Aber es geht heute um Glück. Und bei dieser Entscheidung, morgens schon zu fragen, wie kommt es, dass ich heute so glücklich bin? Oder was ist das für ein besonders glücklicher Tag heute? Da hast du alle Optionen mit eröffnet, dass es dir ganz besonders gut geht an diesem Tag und dass du glücklich bist. Denn glücklich sein ist eine Entscheidung. Durch dieses Programmieren am frühen Morgen ist es so, dass über den ganzen Tag du immer wieder daran denkst und plötzlich feststellst, wow, das ist ein schönes Gefühl gerade. Das ist eine schöne Situation. Ach guck mal, die Dame an der Kasse hat mich angelächelt. Hey, wie schön. Ich lächle zurück. Oder vielleicht beginnst du mal mit dem Lächeln und lächelst die Dame an der Kasse an. Oder den Herrn am Bankschalter. Oder du lässt beim Zebrastreifen einmal rüber und lächelst. Das sind alles Momente, dann lächelt jemand zurück, bedankt sich und schon hast du ein Glücksgefühl erzeugt. Das heißt also, du mit diesem Satz am frühen Morgen kreierst du dir sozusagen selber das Bewusstsein und die Achtsamkeit über den ganzen Tag auf glückliche Momente hin zu achten. Und wenn du dich jetzt abends ins Bett legst, lade ich dich ein für ein kleines Tagebuch und schreibe zwei, drei Glücksmomente von dem Tag auf. Und du wirst sehen, dein Tagebuch wird eine Sammlung von Glücksmomenten und selbst wenn du mal einen Tag hast, an dem es dir nicht gut geht, lies in diesem Tagebuch und du wirst gleich wieder glücklicher. Es ist auch so, wenn du glücklich bist und wenn du dir selber das Glück kreierst, dass du in dir eine andere Schwingung, eine andere Frequenz kreierst. Und mit dieser anderen Frequenz kannst du sozusagen wieder glückliche, andere Frequenzen anziehen, so wie ein Magnet. Und der Magnet, da geht ja immer das mit den negativen und positiven Polen. Bei uns ist das das Gesetz der Resonanz in unseren Schwingungen und da ziehst du immer die Schwingung an, die du selber auch gerade trägst. Wenn du also eine glückliche Schwingung trägst, dann wirst du glückliche Schwingungen, glückliche Situationen in dein Leben ziehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Übung, aber es ist überhaupt nicht schwer. Es lohnt sich, es wirklich auszuprobieren. Mein Schlüssel Nummer 2 für dich. Der Schlüssel Nummer 2 ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist meiner Meinung nach der Master Key, also der Hauptschlüssel, um glücklich, erfolgreich, harmonisch, erfüllt sein Leben leben zu können. Ohne Dankbarkeit wirst du nicht deine Meisterschaft in der Hinsicht erreichen. Dankbarkeit ist das A und O. Und da lade ich dich zum Beispiel auch ein, wenn du morgens deine Äugelein öffnest, dann kannst du schon als erstes sagen, wow, danke, ich bin aufgewacht. Es gibt ganz viele Menschen, meistens Ältere, die wachen morgens nicht mehr auf, was dann für die Älteren auch in Ordnung ist, aber für dich ja nicht. Und wenn du deine Augen öffnest, dann siehst du ja auch sofort was. Dann kannst du sagen, hey, meine Augen funktionieren, danke, super. Und höchstwahrscheinlich hast du vorher den Wecker gehört, der dich geweckt hat, auch wenn du ein bisschen sauer auf den bist, weil es schon wieder so früh ist. Aber du kannst sagen, hey, meine Ohren funktionieren, super, danke, ich kann hören. Und wenn du dann aufstehst, dann hast du dein Gleichgewicht, du kannst laufen, du kannst gehen, du kannst dir ja mit deinem, du bist koordinativ, du kannst dir Zähne putzen, du hast Zähne, super, danke schön dafür. Du kannst dir ein schönes Liedchen morgens im Badezimmer anmachen und mitsingen und kannst dann zum Beispiel sagen, ja, ich bin dankbar für, keine Ahnung, und fängst an, Dinge aufzuzählen. Du kannst deinen ganzen Körper durchgehen, du kannst sagen, ich höre, ich sehe, ich schmecke zum Beispiel die Zahncreme, ich kann meine Hände bewegen, ich kann meine Schultern bewegen, ich kann meinen Rumpf bewegen, meine Lunge atmet von alleine, mein Gehirn steuert alles von alleine, yeah, ich bin dankbar, mein Magen, der meldet gerade Hunger, juhu, ich kann dann was essen, ich kann schlucken, alles funktioniert, mein Darm funktioniert, meine Leber funktioniert, alle die ganzen Organe, du kannst die alle aufzählen. Das heißt, du kannst dich letztendlich morgens in dein Bett setzen und schon mal ganz alleine 50 Dinge aufschreiben, wofür du dankbar bist und indem du nur durch deinen Körper gehst. Und da haben wir noch gar nicht angefangen, dass du vielleicht dankbar bist, dass du einen tollen Freund hast oder eine super knocke Freundin, dass du gesunde Kinder hast, dass du ein gutes Familienleben hast, dass du vielleicht eine schöne Arbeit hast, dass du, du kannst so viele andere Sachen noch schreiben. Du kannst Danke sagen, dass du zu Fuß gehen kannst zur Arbeit, du kannst Danke sagen, dass du es eine Straßenbahn gibt, die dich zur Arbeit fährt, du kannst Danke sagen, dass du ein Fahrrad hast, mit dem du fahren kannst, du kannst Danke sagen, dass du mit dem Auto zur Arbeit fährst. Es gibt 100.000 Gründe, wofür du den ganzen Tag über dankbar sein kannst. Fang einfach mal damit an, integriere Dankbarkeit in dein Leben und du wirst sehen, du wirst so viele Glücksmomente dir selber kreieren können, alleine, weil du dankbar bist, dass dir manche Dinge einfach widerfahren. Wunder, wunderschön, ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Ohne Dankbarkeit ist das Leben trist und grau und trostlos. Also Dankbarkeit als wichtiger Master Key, aber hier dein Schlüssel Nummer 2. Dein dritter Schlüssel, vergleiche dich nie, 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 niemals mit anderen. Niemals. Du wirst immer den Kürzeren ziehen. Egal, worin du dich vergleichst mit anderen Leuten, im Normalfall wirst du merken, die sind schöner, reicher, klüger, erfolgreicher, dünner, dicker, größer, kleiner, gelenkiger, sympathischer, gut gelaunter, kommunikativer, weiß der Geier, was sie alles irgendwie sind, haben besseren Geschmack, die bessere Wohnung, das bessere Auto, das bessere Haus, den besseren Pool. Vergleichen ist Mist, weil du wirst sehr, 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 sehr häufig den Kürzeren ziehen. Und wenn du den Kürzeren ziehst bei einem Vergleich, definitiv nein, dann bist du sicherlich nicht glücklich. Da bin ich 100% überzeugt. Das heißt also, besinne dich auf dich, besinne dich auf dich, was du kannst. Besinne dich auf dich, auf deine Stärken, auf deine Motive und hack nicht auf deinen Schwächen rum. Schau, wenn du dich vergleichst und andere irgendwas besser können als du, dann kannst du es ja schlechter. Das ist dann also nicht deine Stärke, das ist dann quasi deine Schwäche. Und wir lernen eigentlich immer, dass wir für die Schwächen halt besonders viel üben sollen, damit wir da besser werden. Das ist aber, sorry, das ist Bullshit. Wenn du immer versuchst, deine Schwächen etwas besser zu machen, dann bekommst du, wenn die vielleicht irgendwie bei minus 5 sind, dann bekommst du mit, wenn du daran arbeitest, vielleicht maximal auf 0, aber niemals auf plus 5 oder auf 8. Wenn du aber eine Stärke schon hast, die bei plus 3 ist und du arbeitest an deiner Stärke, dann kannst du die auf plus 8, plus 9, plus 10 bringen. Das heißt, das macht doch viel mehr Sinn. Das kreiert viel mehr Energie und zwar positive. Also guck nicht auf deine Schwächen, die hast du so oder so, sondern guck auf deine Stärken und mach aus deinen Stärken wirkliche Soft Skills, sagt man heute, wo du wirklich durch die Decke gehen kannst, wo du ein Meister in deinen Stärken wirst. Weißt du, ein Virtuose, der Klavier spielt oder Geige spielt oder sowas, der wird höchstwahrscheinlich ganz viele Schwächen in anderen Dingen haben. Der wird höchstwahrscheinlich schlecht Buchhaltung können, weil der Virtuose ist sehr kreativ, Buchhaltung ist eher so strukturiert. Das heißt also, und der Buchhalter wird höchstwahrscheinlich eher nicht ein Virtuose mit einem Musikinstrument sein. Er wird vielleicht eins spielen, aber er wird nie ein Virtuose darin werden, während er vielleicht als Buchhalter mega super und mega erfolgreich ist. Also konzentriere dich auf deine Stärken, niemals auf deine Schwächen. Also vergleiche dich nicht, weil im Vergleich wirst du häufig nur deine Schwächen sehen. Sich zu vergleichen und die Stärken herauszufinden, mag vielleicht etwas besser sein, bringt aber so ein bisschen komischen Touch und macht den anderen meistens schlechter. Deswegen geht sich das hinten auch nicht aus mit der Energie. Also konzentriere du dich für dich ganz alleine auf deine Stärken. Perfektioniere die. Was heißt perfektioniere? Wir sind alle nie perfekt, ganz klar. Aber arbeite die wunderbar aus, sodass du dir daraus aus deinen Stärken Glücksmomente sozusagen kreieren kannst. Und was auch noch dazu kommt, wenn du dich nicht mehr vergleichst, fängst du an, dich immer mehr gut zu finden. Du fängst an, dich immer mehr lieben zu können. Selbstliebe ist ein A und O. Wenn du dich selber nicht bedingungslos lieben kannst, kannst du auch nach draußen keinen lieben. Das ist einfach so. Und da gebe ich dir auch noch mal eine Übung mit. Da kannst du dich jeden Morgen auch vor den Spiegel stellen und kannst Folgendes sagen. Du kannst dir selber eine Umarmung geben und kannst sagen, ich mag mich. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, aber das ist gut so. Alles, was ich brauche, das steckt bereits in mir. Ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben. Und ich stehe stets für mich ein. Diese Sätze versag einfach mal jeden Morgen zu dir. Und du wirst sehen, du wirst Tag für Tag für Tag dich lieber haben, dich selber besser finden. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist Selbstliebe. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das ist uns irgendwie immer abtrainiert worden, weil es immer heißt, das ist egoistisch. Man soll sich nicht selber toll finden und man soll nicht selber stolz auf sich sein und solche Geschichten. Mach es einfach mal. Mach es mindestens 21 Tage und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Also, Schlüssel Nummer 3. Vergleiche dich niemals und beginne, dich selber zu lieben. Hau rein, stärke deine Stärken. Und da komme ich auch schon zum vierten Schlüssel, den ich dir gerne mitgeben möchte. Und dieser vierte Schlüssel heißt, verlasse deine Komfortzone. Deine Komfortzone ist das, was du dir eingerichtet hast, wo du dich wohlfühlst, wo du sicher bist, wo all die Dinge sind, die du schon kannst, wo all dein Erlerntes schon drin ist, wo all deine normalen Tätigkeiten, die du so drauf hast, sind, wo all dein normales Verhalten, was du dir angewöhnt hast, drin ist. Das ist deine Komfortzone. Aber um wahres Glück zu kreieren, musst du deine Komfortzone verlassen. Weißt du, die meisten Menschen stehen morgens irgendwie um halb sieben auf. Dann frühstücken sie meistens das Gleiche. Dann nehmen sie meistens den gleichen Arbeitsweg mit dem gleichen Fahrzeug. Dann sind sie meistens an der gleichen Arbeitsstelle mit meistens den gleichen Leuten, mit meistens dem gleichen Chef. Dann machen sie meistens über den ganzen Tag verteilt die gleiche Arbeit. Dann gehen sie meistens nach Hause wieder, nehmen denselben Weg und sind meistens dann bei ihrer Familie oder dem Abend gestalten sie sich fast immer gleich. Vielleicht mal ein paar Ausnahmen. Letzten Endes ist das Leben so ziemlich langweilig. Es ist sehr komfortabel, weil du musst eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken. Letzten Endes läufst du eigentlich auf Autopilot. Und das ist nämlich auch ein großes Problem. Auf Autopilot laufen bringt keine Glücksgefühle. Möchtest du also Glücksgefühle haben, möchtest du glücklicher werden in deinem Leben, musst du dir Dinge kreieren, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Du kannst zum Beispiel schon mal anfangen, einfach mal einen anderen Weg morgens zu nehmen oder anfangen, ein anderes Verhalten in der Straßenbahn an den Tag zu legen. Vielleicht sprichst du einfach mal jemanden an und lernst total nette Menschen kennen. Neue Freunde vielleicht, weil die fahren ja auch jeden Tag die gleiche Straßenbahn. Aber am allerbesten ist, wenn du dir irgendwelche Abenteuer kreierst. Mach mal irgendwas ganz Verrücktes. Es muss nicht gleich ein Fallschirmsprung sein oder sowas, aber mach mal was Verrücktes. Ich habe letztens Canyoning mitgemacht. Das heißt also, man muss durch so einen Canyon, man kriegt so einen Neoprenanzug an und so einen Klettergurt hat man um den Bauch und einen Helm auf. Und dann geht es los. Und das war wirklich ein ganz schön strafes Programm für mich. Das war mega die Komfortzone verlassen. Ich hatte super Muskelkater. Mein Körper ist überhaupt solche Bewegungen überhaupt nicht gewohnt. Und ich habe mir echt versprochen, ich melde mich danach zum Fitnessstudio an. Das habe ich echt sofort auch gemacht, weil ich habe meinen Körper so die letzte Zeit wirklich ein bisschen links liegen lassen. War auch sehr komfortabel. So der innere Schweinehund auf der Couch und so. Genau. Und durch dieses Komfortzone verlassen, da habe ich mir ein riesiges Abenteuer kreiert. Durch dieses Canyoning. Ich bin abgeseilt worden. Ich musste fünf Meter in die Tiefe ins Wasser springen. Ich musste über Steine klettern. Ich durfte lernen, dass ich auch total schwach sein darf und dass es immer jemanden gibt, der mir hilft. Es war ganz, ganz, ganz faszinierend. Ich habe gelernt, dass ich über meine Grenzen kann. Also wo ich dachte, wo mein Limit ist, da war noch lange nicht mein Limit. Und dass, als ich dann damit fertig war, da war ich wirklich grottenfertig. Aber ich war auch mega glücklich. Und natürlich muss es nicht immer Canyoning sein oder sowas. Aber kreiere dir wenigstens ein, zweimal in der Woche Kleinigkeiten, kleine Abenteuer. Irgendwas. Oder auch mal einmal im Jahr irgendwie. Mach mal einen verrückten Urlaub. Fahr nicht immer an dieselbe Stelle. Kreiere dir neue Abenteuer. Geh mal irgendwo hin. Weiß ich nicht. Geh mal an den Flughafen und sag, ich buche den fünften Flug von oben. Kauf dir ein Ticket und flieg einfach dahin. Obwohl du eigentlich gar nicht weißt, was da ist. Und du wirst auch ein Hotel finden und alles andere. Das ist Abenteuer. Und das ist pure Kreation. Und das ist pures Komfortzone verlassen. Denn ich bin auch der Meinung, dass die allermeisten Menschen, die einen Burnout haben, eigentlich einen Bore-Out haben. Die sind gelangweilt von ihrem Leben. Eben dieses gleichmäßig aufstehen, gleichmäßig das gleiche tun mit den gleichen Menschen. Das ist so echt so ein Trott jeden Tag. Boring, total langweilig. Ein Bore-Out. Und damit dir das nicht passiert und du dir Glücksgefühle kreieren kannst, weil du kannst das ja nur von innen heraus. Hier dieser vierte Schlüssel genau für dich. Verlasse deine Komfortzone. Und der fünfte Schlüssel, den ich dir hier und jetzt gebe, ist, geben ist seliger denn nehmen. Ja, das ist so ein komischer alter Bibelspruch. Aber letzten Endes ist der absolut famos. Denn wenn ich etwas gebe, wenn ich etwas teile, wenn ich etwas mit anderen mache, wenn ich etwas für andere mache, dann wird derjenige glücklich. Und interessanterweise, das ist eben dieses Gesetz der Schwingung, dann bekomme ich auch diese Glücksgefühle mit und dann werde ich doppelt glücklich. Ja, also Liebe und Glück ist das, was man, wenn man es teilt, sich eigentlich verdoppelt. Und deswegen ist geben, seliger denn nehmen. Doch Obacht. Viele, gerade Frauen neigen dazu, mehr zu geben, als sie haben. Und dann ist wieder vorbei mit dem Glück. Also es geht hier nicht darum, wenn du 100 Körner in der Tasche hast und du willst 120 geben, das funktioniert nicht, weil es sind nur 100 da. Und selbst wenn du alle 100 abgibst, die du hast, dann hast du keine mehr. Das ist nicht der Sinn der Sache. Dazu passt zum Beispiel auch der Spruch, Liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist ja das große Problem. Die meisten meinen, wir müssen den Nächsten mehr lieben als uns selbst. Wir können andere immer super lieben, aber uns selber nicht. Aber wenn du es nicht schaffst, dich irgendwie zu lieben, sagen wir mal, du schaffst es nur zu 20 Prozent, dann ist deine Liebe, die du nach außen gibst, auch nur 20 Prozent. Also kreiere Liebe in dir, zu dir, wie ich dir das vorher schon gesagt habe. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Also geben ist seliger denn nehmen, weil es uns wahnsinnig glücklich macht. Das heißt, kreiere dir Situationen, wo du geben kannst. Am besten machst du das, indem du deine Stärken kennenlernst und deine Motive kennenlernst und dir daraus einen wirklich guten Beruf kreierst. Weil wenn du aus deinen Stärken und mit deinen Motiven heraus dir ein Berufsbild kreierst, was weiß ich, meine Stärken sind zum Beispiel Tatkraft, Wissbegier, was ist denn noch meine Stärke? Höchstleistung, da gibt es so ein Test, den kann man machen, Kontaktfreudigkeit und positives Denken. Das sind meine fünf Kernstärken, die ich habe mit meinen Motiven zum Führen und zum Lehren und zum Helfen. Und daraus habe ich meinen Beruf quasi wirklich auch kreiert, nämlich als Coach, als Life Coach an deiner Seite zum Beispiel zu stehen, um dir zu helfen, um dich zu lehren, um dich zu führen, um dir deine Talente bei dir rauszusuchen, und deine Fähigkeiten, deine Stärken und deine Motive und dass du für dich herauskristallisieren kannst, ja, was ist eigentlich das Richtige in meinem Leben, was ich dann geben kann? Man sagt immer so schön, naja, du bist ein Geschenk für die Welt und genau das ist es. Du hast in dir ein Geschenk, was die Welt braucht und das Problem ist, dass die allermeisten Leute dieses Geschenk irgendwie noch nicht gefunden haben. Und wenn du das findest und das siehst und das dann verschenkst, das macht dich so glücklich, weil es andere so glücklich macht. Und das kannst auch du. Und das ist das, wozu ich dich einladen möchte. Ich habe dir unter diesem Videofilm hier drei Links reingepackt. Der erste Link, der führt dich zu meiner Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe, wieder voller Energie und Freude, treffen sich regelmäßig ganz viele Menschen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich halte jeden Montagabend ein Live-Coaching und jeden Sonntagmorgen gibt es eine gemeinsame Meditation. Einfach, dass man ein bisschen bei sich innen ankommt und sich ein bisschen besser kennenlernen kann. Das ist der erste Link. Der zweite Link ist, ich habe ein Webinar für dich gemacht. Also, falls du noch mal mehr lernen möchtest, wie du wirklich die Kurve kriegen kannst, um dir selber ein glückliches, harmonisches Leben mit einer tollen Partnerschaft, super Freundschaften und einem genialen Job zu kreieren, dann rate ich dir, schau dir dieses Webinar an. Und den dritten Link, den ich dir drunter gesetzt habe, falls du mutig bist oder jetzt schon super neugierig geworden bist, lade ich dich ein. Ich schenke dir ein 60-minütiges Coaching mit mir. Da kannst du mir deine Fragen stellen. Wir schauen, wo deine Stellschrauben sind, die du verändern kannst, damit bei dir wirkliche Veränderung im Leben stattfinden kann. Und darum heißt dieser Call auch Change Call, weil es für dich einen riesen Change geben wird. Du wirst nach diesen 60 Minuten genau wissen, wo du stehst. Du wirst Klarheit darüber haben, wie du weitergehst. Und das ist mein Geschenk an dich. Buche dir also, wenn du mutig genug bist, gleich deinen Change Call. Wenn du noch nicht so mutig bist, ich verstehe das, wobei der völlig kostenfrei ist, aber manche Menschen sind trotzdem etwas weniger forsch als ich, lade ich dich, wie gesagt, ein, entweder in die Facebook-Gruppe zu kommen und oder dir das Webinar anzuschauen. Es ist natürlich alles drei möglich. Du kannst in die Gruppe, du kannst das Webinar angucken und du kannst dir mit mir deinen Change Call buchen. Also, das ist mein Geschenk für dich, weil ich möchte nämlich, dass du mindestens genauso glücklich sein willst, wirst wie ich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ein mega glückliches Leben. Deine Sabine Angela Schade 00 Suys O Vielen Dank.